Unfassbarer Bürgergeldbetrug. So verschwenderisch wird mit unseren Steuergeldern umgegangen. In Deutschland hat ein bemerkenswerter Fall von Sozialbetrug für Aufsehen gesorgt, der das Land und seine Sozialsysteme vor große Herausforderungen stellt. Ein Nigerianer, der in Deutschland lebt, hat eine ausgeklügelte Methode entwickelt, um monatlich 22.500 Euro an Sozialhilfe zu erhalten, indem er sich als Scheinfater für 24 Kinder eintragen ließ. Diese Kinder stammen hauptsächlich aus afrikanischen Ländern, viele von ihnen aus Nigeria, dem Herkunftsland des Betrügers. Durch diese Anerkennung der Vaterschaft erhielten die Kinder und ihre Mütter Aufenthaltstitel und Zugang zu Sozialleistungen in Deutschland. Dieser Fall, der von der Tagesschau aufgedeckt wurde, zeigt, wie Gesetzeslücken und unzureichende Kontrollen im deutschen Sozialsystem ausgenutzt werden können. Der Betrüger, der in den sozialen Medien als Mr. Cash Money auftritt und in Nigeria mit einem luxuriösen Lebensstil prahlt, gilt in Deutschland offiziell als mittellos. Die Behörden in Dortmund, wo er gemeldet ist, haben bislang keinen Verdacht geschöpft, trotz der enormen Summen, die an IN ausgezahlt wurden. Die Auswirkungen dieses Betrugs sind weitreichend. Es wird geschätzt, dass der Mann allein den deutschen Sozialkassen jährlich Kosten von mehr als 1,5 Millionen Euro verursacht hat. Bundesweit wird der Schaden durch ähnliche Fälle von Scheinvaterschaften auf über 150 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Trotz der Aufdeckung dieses Falls und der Erkenntnis, dass eine Reform des Gesetzes notwendig ist, um derartige Missbräuche zu verhindern, haben politische Widerstände bislang eine effektive Gesetzesänderung verhindert. Dieser Fall wirft kritische Fragen bezüglich der Effizienz und Sicherheit des deutschen Sozialsystems auf und fordert eine dringende Überprüfung und Anpassung der bestehenden Gesetze und Kontrollmechanismen. Die deutsche Regierung und die zuständigen Behörden stehen vor der Herausforderung, das Sozialsystem so zu reformieren, dass es weiterhin Unterstützung für diejenigen bietet, die sie benötigen, gleichzeitig aber Missbrauch und Betrug wirksam verhindert.